Mit einem tollen österreichischen Erfolg endete heute die Olympia-Probe für 1994 die Herrenabfahrt von Gwitzfeld. Der 28-jährige Armin Assinger aus Kärnten gewann fünf Tage nach dem Weltcup-Rennen in der Sierra Nevada hier in Gwitzfeld mit der Laufbestzeit von 1 Minute 43,13 Sekunden. Achthundertstel Sekunden hinter dem Österreicher der Südtiroler Werner Perazona so wie gestern in der ersten Abfahrt an der zweiten Stelle und Rang 3 für den nächsten Österreicher für Hannes Trinkel mit einem Rückstand von nur 13 Hundertstel Sekunden.